Das ist eine heftige Eilmeldung und zwar wird Hans-Georg Maaßen, den wir ja neulich hier als erstes Video 2024 kurz mit seinem Rundumschlag begrüßt haben, die Werteunion, die ja eigentlich ein Teil innerhalb der CDU-CSU war, in eine eigene Partei überführen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Was für heftige Überraschungen, die das Junge 2024 hier bereits hat, neben den Bauernprotesten, von denen wir mal kurz den Schwenk hier zurück auf die Parteipolitik lenken. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt mal eine gute Nachricht ist. Warum? Gehen wir mal kurz auf die Hintergründe ein. Die Werteunion hatte sich ja innerhalb der CDU-CSU damals gebildet, als eine Art frischer, konservativer Wind gegen die eher linksgrüne Ausrichtung der CDU unter Angela Merkel. Und schnurstracks ist auch die Werteunion dann von ihren, ich glaube, 70 Gründungsmitgliedern innerhalb dieser CDU-CSU auf über 4000 Mitglieder angewachsen. Unter anderem hatten die auch einen hohen Anteil daran, dass eben Friedrich Merz, der ja lange Zeit unter Merkel eben nichts zu melden hatte, weil Merkel ja neben sich selbst keinerlei Machtinstanz innerhalb der Union geduldet hat, versprochen dann, hey, wenn ihr mich jetzt zum Parteivorsitzenden mit unterstützt, werde ich wieder die CDU mehr in christlich-konservative Gewässer steuern, so ein bisschen weg aus dieser ganzen grünen-linken Friday-for-Future-Richtung, die unter Merkel eingestreten ist. So, jetzt hat die Werteunion Friedrich Merz auch massiv dabei unterstützt und geholfen, ihn zum Parteivorsitzenden zu machen. Aber Merz hat natürlich nicht so richtig sein Versprechen gehalten. Im Gegenteil, Lillmann, der Generalsekretär, schwärmt jetzt ja sogar davon, Merkel wieder zurückzuholen und Merz zum Kanzler zu machen und so weiter. Also da ist nicht mehr viel mit irgendwie neuer Politik. Und man muss ja auch noch sagen, hier, Hans-Georg Maaßen, der wurde ja von Merz richtig abserviert und es wurde sogar ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen, der ja aber wiederum ganz oben in der Werteunion eben mitspielt und Vorsitzender, glaube ich, sogar dort ist, der natürlich deswegen nicht so begeistert war. Logisch, nachvollziehbar. So, und jetzt ist aber Maaßen diesem ganzen Parteiausschluss und so weiter zuvor gekommen und hat jetzt hier bestätigt, ich habe es gerade eben gelesen, bei Apollo News, ja, wie immer hervorragende Quelle für aktuelle Nachrichten, die man bei den Mainstream-Medien meistens erst so zwei, drei Tage später irgendwie lesen kann, dass die Werteunion jetzt hier, schaut mal, eine eigene Partei wird. So, am 3. Januar hat die Werteunion für den 20. Januar, also diesen Jahres, zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Gegenstand der Mitgliederversammlung werden Änderung der Satzung und die Übertragung des Namensrechts auf eine neu zu gründende Partei namens Werteunion sein. Der bisherige Verein Werteunion-RV wird sich als überparteilicher Verein umbenennen in Werteunion-Förderverein, der das Ziel verfolgt, konservative Politik in Deutschland zu machen. Und interessant, wenn man sich hier mal anschaut, die Werteunion, unser Ehrenkodex, heißt Grundgesetz, ja, und jetzt steht hier ganz groß unser Wahlspruch, ne, Freiheit statt Sozialismus. Also auch ganz klar wollen die nicht mehr wirklich irgendwas zu tun haben mit der eher linksgrünen Merkel-Politik. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Implikationen davon und natürlich auch ein bisschen zu dem, was das bedeutet für die Wahlen dieses Jahr, ne. Wir haben Europawahlen, wir haben drei Landtagswahlen, wir haben dann später noch die US-Wahlen. Gut, die spielen natürlich auch noch eine übergeordnete Rolle über ganz Europa und Deutschland. Aber das wird meiner Meinung nach jetzt folgende Auswirkung haben, dass es natürlich die CDU-CSU jetzt erstmal spaltet, weil alle Mitglieder, und es gibt ja sehr, sehr viele auch in der Werteunion, die ewig lange Mitgliedschaften schon in der CDU-CSU haben, jetzt die mehr in diese christlich-konservative Richtung wieder gehen wollen, Freiheit statt Sozialismus, jetzt sich der Werteunion anschließen können, weil ja auch viele von denen, die jetzt zum Beispiel vielleicht nicht direkt aus der Partei austreten wollen oder denen beispielsweise die AfD zu rechts ist oder so, dass die gesagt haben, wir haben da keine andere Option mehr, aber jetzt hätten sie ja durch diese neue Partei eine weitere politische Kraft. Wenn ihr jetzt so wollt, könnte man die dann zwischen der Union und der AfD ansiedeln, jetzt ganz vereinfacht mal gesagt, ja, wobei ich diese Einteilung in rechts und so weiter sowieso ein bisschen für Hanebüchen mittlerweile finde, aber das ist wieder ein neues Thema. Interessant ist nur, dass viele, viele Unionsmitglieder und auch Wähler sich jetzt natürlich auch ebenfalls sagen werden, hm, wenn es jetzt also sozusagen eine neu gegründete CDU gibt, die wieder mehr das vertritt, was ich ursprünglich als vielleicht schon etwas älterer CDU-Wähler eigentlich immer gut fand und was jetzt aber unter der neuen Linnemannschen Merz-CDU gar nicht mehr möglich ist, die ja, wie wir vorhin auch gesehen haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich sehe es schon kommen in Thüringen, dass die dann anfangen werden, von irgendwelcher Verantwortung zu reden und sagen, wir werden zusammen mit Ramelow und der Linken jetzt eine tolle Regierung in Thüringen sozusagen bilden als Brandmauer zur AfD und so weiter und kein, wirklich kein Wähler, der selbst Respekt vor sich hat in Deutschland und die Union wählt, würde natürlich so etwas gut finden. Und deswegen glaube ich, dass diese Neugründung eine massive Spaltung innerhalb der Union auslösen wird und dann tatsächlich ähnlich wie in anderen Ländern in Europa eine tatsächlich rechtskonservative, freiheitliche Wende politisch in Deutschland stattfinden könnte. Denn es gibt hier nach dieser ganzen Ankündigung noch ein spannendes Zitat von Hans-Georg Maaßen, was ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten werde. Spätestens im vergangenen Sommer waren die Spekulationen um eine Parteigründung Maaßens nicht mehr zu übersehen. Zuletzt hatte die, wie auch von Maaßen hier beklagte ausgebliebene Politikwende des CDU-Vorsitzenden Merz immer mehr Konservative enttäuscht. Gleichzeitig befeuerte ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen die Debatte um eine Parteigründung und rückte den 61-Jährigen wieder in den Mittelpunkt der Debatte. Nun also wird die Werteunion den lange antizipierten eigenen Weg gehen, Zitat Maaßen jetzt, wie Maaßen einst sagte, und sämtliche Brandmauern niederreißen. So, und jetzt kann man sich mal überlegen, was in den letzten Monaten, in den letzten 1 bis 1,5 Jahren immer wieder auch von der Union und so weiter immer wieder gefordert wurde und gesagt wurde. Gleichzeitig hat man natürlich auch von den anderen Altparteien, also von Grünen, SPD und so weiter, immer wieder auch diesen Druck innerhalb der CDU gehabt, zu sagen, ja, wir halten die Brandmauer zur AfD und so weiter aufrecht. Und all diesen ganzen Druck hat natürlich Maaßen und die Werteunion nicht. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Das bedeutet, es entsteht jetzt hier gerade eine neue zusätzliche Kraft in der politischen Landschaft in Deutschland, die zahlreiche, nicht nur Unionsmitglieder, sondern auch Unionswähler mobilisieren könnte und gleichzeitig ein potenzieller Koalitionspartner der AfD werden könnte. Die Frage ist nur, ob diese Werteunion eine tatsächliche Opposition innerhalb des Altparteienkartells sein will oder tatsächlich zu diesem Altparteienkartell. Und das wird spannend sein zu beobachten.